Hey Leute, also ihr kennt doch diese Ich-mach-doch-nur-Spaß-Nummer. Ihr wisst schon, wenn Leute gegen euch sticheln oder was Gemeines sagen und ihr antwortet, dass ihr das nicht in Ordnung findet, worauf sie dann antworten, aber das war doch nur ein Spaß. Ich meine, als müsste es für euch in Ordnung sein. Aber irgendwie kommen sie damit durch, gemein sein zu können oder nicht die Verantwortung dafür tragen zu müssen, weil es ja nur ein Witz war und einen nicht verletzen kann. Ich kann das nicht ausstehen. Es, es gibt einfach so viel gemeinen Humor heutzutage und es ist total normal geworden, dass wir wohl alle manchmal Witze machen, die echt ein bisschen fies sind und wir überhaupt nicht begreifen, welche Kraft Worte haben können, oder? Ich meine, wir sind jetzt nicht wirklich böse, aber ich finde, wir sollten mal innehalten und uns bewusst werden, was wir da sagen. Ich weiß auch nicht. Warum ich das hier anspreche, ist, weil Skipper und ich heute eine Auseinandersetzung hatten. Ich hatte ein Bild, das ich echt süß fand und total cool gepostet und noch einen witzigen Text dazu geschrieben. Und Skipper ist normalerweise total cool und voll locker, aber ich habe sie nicht um Erlaubnis gefragt. Was ich als witzig empfand, hat sie verletzt und ziemlich sauer gemacht. Und wollt ihr was wissen? Meine erste Reaktion, meine erste Reaktion war diese hier. Was denn? War doch nur Spaß. Warum fühlst du dich angegriffen? Nein, aber auf diese Art habe ich sie irgendwie so auflaufen lassen und abgeblockt. Ich meine, Skipper war großartig. Sie wollte darüber reden, weil es sie gestört hat. Und ich verstehe es. Die Sache beschäftigt mich schon den ganzen Tag. Ich meine, ich hasse es, wenn Leute »Ich mach doch nur Spaß« zu mir sagen. Für gewöhnlich sage ich nichts. Man möchte ja keinen großen Aufriss machen, aber es ist nicht in Ordnung. So, ich bin zu folgendem Entschluss gekommen. Nummer 1. Ich werde von nun an die Leute wissen lassen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ich werde für mich einstehen und auch für andere Menschen. Und Nummer 2. Beim nächsten Mal denke ich kurz nochmal nach, bevor ich einen Spaß mache, ob nicht jemand meiner Freunde verletzt werden könnte. Oder? Es ist nämlich nicht okay. Richtig? Wir sollten wirklich alle mehr aufeinander Acht geben. Peace. Wenn wir von etwas überzeugt sind, sollten wir uns dafür einsetzen und unsere Stimme erheben, wenn es um Themen geht, die uns am Herzen liegen. Ich liebe inspirierende Geschichten von Menschen, die aufgestanden sind und die Welt verändert haben. Aber das ist nicht immer so leicht, oder? Es kann einem schon Angst machen. Und darüber habe ich nachgedacht. Zunächst mal, niemand von uns ist allein. Wenn euch etwas am Herzen liegt, garantiere ich euch, dass es noch andere gibt, denen es wichtig ist. Zweitens, es ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Ich meine, das ist doch wirklich der erste Schritt. Drittens, wenn ihr etwas verändern wollt, dann muss das nicht gleich Thema für alle sein. Es geht darum, dass es euch wichtig ist und ihr etwas sagt. Und zuletzt, den Anfang macht man wie bei allem anderen mit Babyschritten. Babyschritte schafft doch jeder. Das gilt nicht nur für Erwachsene. Natürlich könnt ihr euch Hilfe holen. Meine Freundin Nikki erfuhr, dass der Lebensraum des Blaureihers in Gefahr war, durch ein Bauvorhaben in unserer Region. Sie wusste nicht, was sie machen sollte, also hat sie angefangen, Fragen zu stellen. Sie hat mit ihren Nachbarn gesprochen, die wiederum mit ihren Freunden redeten und ehe man sich versah, sprach die ganze Stadt darüber und man fand einen Weg, die Vögel zu beschützen. Veränderung. Schritt für Schritt. Und alles hat damit angefangen, dass sie etwas gesagt hat. Jeder von uns ist eine wundervolle Persönlichkeit, die es verdient hat, dass man sie sieht und hört. Ich fühle mich nie gut, wenn ich meine Ideen für mich behalte. Die Welt braucht verschiedene Meinungen und Ideen. Ihr könnt keine Veränderungen bewirken, wenn ihr euch kein Gehör verschafft. Peace. Hi. Also, Theresa und ich hatten da vor einiger Zeit so ein Erlebnis und seitdem frage ich mich, ob euch auch schon mal sowas passiert ist. Theresa, Ken und ich waren Freiwillige bei einem Event in unserer Stadt. Es gab ein großes Brainstorming, um Lösungen für Probleme zu erörtern. Dieser Gruppenleiter hat irgendwie jeden meiner Vorschläge unter den Teppich gekehrt, um dann zu fragen, ob jemand anderes einen Vorschlag hätte. Als sei das, was ich gesagt habe, keine Diskussion wert. Oder als sei ich schlichtweg egal, was nun noch schlimmer wäre. Und Theresa erging es genauso. Dementsprechend waren wir einfach verwirrt und frustriert. Ken war dann auch frustriert, weil er unsere Ideen gut fand. Also hat er sie einfach wiederholt. Damit sie gehört werden. Und der Typ hat sie gehört. Und dann sagt er, super Idee, Ken. Oh, das ist genau, was wir suchen, Ken. Und ich dann so, was ist hier los? Also haben wir was versucht. Dabei habe ich etwas gesagt und eine Minute später sagte Ken genau dasselbe, Wort für Wort. Und der Gruppenleiter hört sich an, was Ken sagt. Und meint, super Idee, Ken. Ohne überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass ich auch etwas gesagt habe. Also wirklich, was soll das? Diese Woche ist Weltfrauentag. Und wie ihr alle wisst, ist das einer meiner Lieblingstage eines jeden Jahres. Also habe ich mir intensiv überlegt, mit welchem Vlog-Thema ich die vielen tollen Frauen würdigen kann. Auf der ganzen Welt. Mütter und Töchter und Schwestern und Tanten und Großmütter. Die Menschenfreundinnen und Wissenschaftlerinnen, die diese Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Die Künstlerinnen, die in ihren Werken alles verarbeiten. Und die Erfinderinnen, die uns voranbringen. Das sind die Frauen, die uns zeigen, dass wir die Wahl haben. Aber egal wie ich es drehe und wende, am Ende sehe ich immer dich und mich und unseren Alltag. Und die Kraft, die es manchmal braucht, einfach nur gehört zu werden. Nicht mehr übergangen zu werden. Beim Brainstorming habe ich mich echt mies gefühlt. Ich wollte einfach aufgeben. Dabei gebe ich nie auf. Aber ich wollte es. Ken und Teresa haben es verhindert, weil uns dieses Projekt wirklich sehr am Herzen liegt und meine Ideen gut waren und der Gruppenleiter wahrscheinlich selbst gar nicht genau wusste, was er tut. Also sind wir geblieben. Aber Teresa und ich wollten diesmal unbedingt sicherstellen, dass man uns zuhört. Indem wir uns unterstützten. Ich sagte dann, Oh, Teresa, was für eine tolle Idee. Habt ihr gehört, was Teresa gesagt hat? Und sie dann so, Oh ja, wie Barbie gerade schon sagte, Das ist doch wirklich sehr interessant. Und ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen was bewirkt. Wir sprechen oft über starke Frauen, die es geschafft haben. Aber ich glaube, dass wir auch über das ganz Alltägliche sprechen müssen. Wir müssen weiter die Kleinigkeiten beleuchten, die zu unserer Unterdrückung beitragen. Und wir müssen sicherstellen, dass das aufhört. Wir müssen die Stimme füreinander erheben, und zwar immer. Und wir müssen einander wissen lassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht allein dastehen. Und wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden. Und ich glaube daran, dass wir nach und nach wirklich etwas erreichen können, wie die vielen Frauen, die wir so sehr bewundern. Auf uns! All die Frauen auf der ganzen Welt, die ich einfach nur fest umarmen möchte. Eine positive Einstellung kann tatsächlich alles verändern. Schritt für Schritt. Arm in Arm. Wir geben einander eine Stimme. Und das ist Macht. Ja. So geht's. Peace. Hi! Eine der Sachen, die ich super gerne mache, ist etwas, das nennt sich Takt herumreisen. Dazu schließe ich meine Augen. Und ich stelle mir vor, ich wäre an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Orte, die ich eines Tages gern mal wirklich besuchen würde. Das machen wir Roberts alle. Und viele dieser Orte gehören zum Weltkulturerbe. Stacy und ich haben uns neulich zusammengesetzt und die Orte aufgelistet, zu denen wir gern mal reisen wollen. Wir wissen, dass wir es irgendwann dahin schaffen werden. Petra, die rote Felsenstadt im Süden Jordaniens. Diese Stadt wurde direkt in das rötliche Gestein gemeißelt. Und ich glaube, die ersten Bewohner gab es dort 9000 vor Christus. Das ist ganze 11.000 Jahre her. Ich hab gehört, sie ist ein wahres Meisterwerk der menschlichen Kreativität. Die Everglades in Florida. Und die gehören zum UNESCO-Welterbe. Ich weiß, dass sie ein Biosphärenreservat sind. Und sie werden als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung gesehen. Ist das nicht cool? Es ist nur ein Fluss. Und er ist voller Pflanzen und Tiere, die es nirgends sonst auf der Erde gibt. Außerdem ist es der einzige Ort auf der ganzen Welt, an dem Alligatoren und Krokodile nebeneinander leben. Das Panda-Naturreservat in China. Ich meine, stellt euch bloß vor, 30% aller Pandas der Welt leben hier. Wusstet ihr, dass ein neugeborener Babypanda nur so groß ist wie ein Stück Butter? Aber bis zu 1,80 Meter groß werden kann? Der große Panda gilt als Nationalsymbol von China. Der Portaler Palast in Lhasa, Tibet. Wir wollen unbedingt nach Tibet. Und wir wollen unbedingt zu diesem Palast. Traditionell lebt dort der Dalai Lama. Da gibt es 1.000 Zimmer, 10.000 Schreine, 200.000 Statuen und viele wunderschöne Gemälde. Er ist der höchstgelegene Palast der Welt. 3.700 Meter über dem Meeresspiegel. Und jedes Jahr wird der Palast von außen bestrichen. Mit braunem Zucker und Milch und Safran und was mir besonders gefällt, Honig. Ich meine, klingt das nicht einfach toll? Ich liebe die Vorstellung zu reisen und die Welt zu erforschen. Und es ist schön zu wissen, dass die Welt viel größer ist als ich. Es gibt so viel zu sehen. So viele Menschen, verschiedene Kulturen und Ideen, Essen, künstlerische Ausdrucksformen und Tiere und Pflanzen. Und ich finde es toll, ein Teil des Ganzen zu sein und mir vorzustellen, das alles zu sehen. Bis zum nächsten Mal, meine wundervollen Freunde von überall aus der Welt. Oh, welche Orte möchtet ihr mal besuchen? Peace! Ausdrucksformen Ausdrucksformen